Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns alle einen Bericht von Markus an. Dieser hat über die Game Changers Academy geschrieben, welche er mit 4,1 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Die Game Changers Academy ist der Treffpunkt für Online-Unternehmer und wie die Initiatoren selbst sagen, dein zentrales Online-Marketing-Basecamp. Warum? Weil man dort Antworten auch so ziemlich alle Fragen findet, die man zum Bereich Online-Marketing haben könnte. Es ist ein Ort, wo diverse digitale Informationsprodukte gesammelt werden, so dass man sich als Mitglied genau das aussuchen kann, was man gerade braucht. Mehr Einzelheiten dazu erfahrt ihr in diesem Bericht. Über die zwei habe ich bereits geschrieben, als ich vom Lead-Motor berichtete. Daher hier nochmal ein kurzer Ausschnitt. Gordon Kukluk ist als Online-Marketer tätig und betreibt einen Blog namens Geldschritte.de. Mit diesem Blog fing er an, im Internet Geld zu verdienen, auch wenn es am Anfang eher mager war. Er ist dabei geblieben und vertreibt heute erfolgreiche Infoprodukte. Sein E-Book, die Kuk-Lak-Taktik, ist für jeden frei zugänglich. So besteht sein Inhalt aus teilweise kostenpflichtigen Produkten, aber auch vielen freien Inhalten. DJ Novakovic bat Gordon die Zusammenarbeit an, nachdem er durch Geldschritte auf ihn aufmerksam geworden ist. Der gelehrte Elektrotechniker durchlief diverse Karrierestationen. Gescheiterter Multi-Levelting-Marketing-Versuch, Anstellung bei Finanzunternehmen, Vertriebsleiter und schließlich die Gründung des Finanzpraxismagazins. Dieses Projekt lief sehr langsam an und erst als er anfing, mit Webinaren sich zu beschäftigen, kam er auf den Trichter, sich generell mal mit dem Internet-Marketing auseinanderzusetzen. 2011 informierte sich Novakovic über E-Mail-Marketing, Social-Media-Kanäle, Affiliate-Marketing und alles, was dazu gehört. Mit diesem Wissen könnte er Finanzpraxis pushen und schließlich verkaufen. Die so neugeborene Zeit konzentrierte er auf Webinare und Coaching und Consulting von Unternehmen. Kukluk und Novakovic treten nun fast nur noch als Duo auf. Dietmotor war ihr erstes gemeinsames Projekt und es sollten viele weitere folgen. Blogpage, Gamechangers Academy und neuerdings die Online-Marketing-Architekten. An all diesen Projekten arbeiten sie zusammen. Die Gamechangers Academy kann man als eine Sammlung von Wissen zum großen Thema Online-Marketing verstehen und allem, was dazugehört. Es sind verschiedene Kurse, Leitfaden und E-Books, auf die man als Mitglied Zugriff hat. Die Bibliothek wird ständig erweitert, so dass es gut möglich ist, dass bereits neue Inhalte verfügbar sind, nachdem ich das geschrieben habe. Basics. Der Bereich Basics ist ideal geeignet für alle Einsteiger und Anfänger, die gerade erst anfangen, sich mit Online-Marketing und Internet-Business zu beschäftigen. Hier gibt es zum Beispiel die Basics des Online-Marketing, Affiliate-Ninja oder das E-Book Crashkurs E-Mail-Marketing. All diese Materialien sind gut als Vorbereitung geeignet, um erst einmal alle Begriffe zu verstehen und die generellen Abläufe und Methoden. Traffic. Ein weiteres großes Thema ist der Traffic. Auch hierzu gibt es diverse Kurse und E-Books. Eines davon ist zum Beispiel 18 Traffic-Ideen, wo einfach verschiedene Traffic-Quellen aufgezeigt und erklärt werden. Mit Traffic geht auch das Thema Lead-Generierung Hand in Hand und wird ebenfalls umfangreich abgedeckt. Conversion. Wer Traffic hat, hat nicht zwingend auch eine gute Conversion. Um dies zu ändern, gibt es diesen Bereich, wo man zum Beispiel das Landingpage 1 findet oder unterschiedliche Headline-Vorlagen sowie hypnotische Texte und Vorlagen, die auf verkaufspsychologischen Erkenntnissen beruhen. Profit. Wenn man genügend Traffic hat und eine zufriedenstellende Conversion-Rate, geht es an die Profit-Maximierung. Dazu gehört auch ein gewisses Mindset und persönliche Einstellungen. Hier findet man auch etwas, was in die Richtung Persönlichkeits-Coaching geht, aber auch ganz theoretische Sachen, die sich der Profit-Maximierung widmen. Tools und Vorlagen. In diesem Abschnitt finden man sämtliche Werkzeuge, die einem den Alltag als Internetunternehmer jederart erleichtern. Dazu gehören zum Beispiel die ganzen Leitfäden, die einen durch die Erstellung eines Webinars begleiten, durch einmalige Angebote oder Videosalesletter. Wer ein Jahrestarifmitglied ist, zu den Tarifen gleich mehr, der bekommt noch ein ganz spezielles Angebot, den Wild-Label-Kurs. Wer also noch kein eigenes digitales Produkt hat, aber gerne eins an den Start bringen möchte, aber vielleicht nicht kreativ genug ist, der ist hiermit verholfen. Der Wild-Label-Kurs umpasst 44 Videos zum Thema Online-Marketing. Den Kurs kann man nun an sich anpassen und an eine gewisse Nische bzw. Branche anpassen. Vielleicht ein paar Videos aufnehmen und hinzufügen, branchenspezifisches Wissen einfließen lassen und dann sein eigenes Branding verpassen. So hat man mit relativ wenig Aufwand ein eigenes Produkt fertig zum Verkauf. Zusätzlich gibt es noch eine Community, die jederzeit da ist für einen regen Austausch. Dort kann man allerlei Fragen stellen oder sich einfach inspirieren lassen. Mit dem Kauf der Mitgliedschaft bekommt man Zugang zur exklusiven Facebook-Oper. Es finden auch regelmäßige Live-Questions-and-Answers statt, wo man Fragen stellen kann, um diese beantworten zu lassen von den Experten. Die Mitgliedschaft für ein Jahr kostet 590 Euro inklusive Mehrwertsteuer. Das hört sich im ersten Moment viel an, ist aber gerechtfertigt, wenn man bedenkt, wie viele Kurse man bekommt und was man dafür hätte bezahlen müssen, wenn man diese alle einzeln gekauft hätte. Vertrieben wird über den Digistore24. Bezahlen kann man dort mit Sepala-Strift, über die Kreditkarte oder mit PayPal. Ich bin erst seit kurzer Zeit dabei, aber kann bereits sagen, dass es sich lohnt, wenn man auf die ganzen Sachen Wert legt. Wenn man noch nicht viele Kurse bearbeitet hat, ist es umso besser, da man dann den vollen Nutzen hat sozusagen. Auch wenn man die Grundlagen bereits beherrscht, wird man auf jeden Fall viel dazu lernen können. In jedem Bereich gibt es mindestens einen Kurs, der mir immer zugesagt hat. Man kann sich immer genau das herausnehmen, was man gerade braucht. Natürlich kann es da mal vorkommen, dass einem einer nicht so gut gefällt, aber das ist völlig in Ordnung bei der Menge. Zudem kommen ja noch regelmäßig neue hinzu. Alles in allem eine runde Sache, die ich weiterempfehlen würde, wenn man ein Fan von digitalen Infoprodukten ist, weil man einfach seine Online-Marketing-Strategie und sein Business aufbauen möchte. Auch die Community ist sehr hilfreich und man kann sogar noch Kontakte knüpfen, die sich eventuell positiv auf die eigene Karriere auswirken. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von produkt-kenner.de. Laufenden zu